Europameisterin, Olympiasiegerin und zweifache deutsche Meisterin. Mit Leonie Meyer hat die TSG eine erfolgreiche und erfahrene Spielerin verpflichtet. Nach Stationen in England wollte die Außenverteidigerin wieder zurück in die Bundesliga. Für mich war es aber einfach Zeit, nach vier Jahren auch wieder in der Nähe zur Heimat zu sein. Und ja, mit Hoffenheim hatte ich einfach auch super positive Gespräche. Die haben eine sehr junge, ambitionierte Mannschaft, die auch das Potenzial hat, oben mitzumischen. Ganz oben in der Bundesliga-Tabelle kennt sich Meyer aus. Mit dem FC Bayern München hat sie zwei nationale Titel gewonnen. Zuvor spielte sie für Bad 9a in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Trainer der TSG Hoffenheim schätzt vor allem das fußballerische Gesamtpaket des Neuzugangs. Sie kann sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß agieren, ist technisch da sehr, sehr gut ausgebildet, kann Lösungen unter Druck finden. Dann eben aufgrund auch ihrer Erfahrung hat sie ein gutes Gespür für die Situation, gutes Stellungsspiel, auch grundsätzlich eine gute Übersicht. Sie kann flexibel eingesetzt werden, rechts wie links, hat aber auch schon teilweise mal im Zentrum agiert. In den Spielen ist Meyer jedoch auf den Flügelpositionen der TSG eingeplant. Neben dem Spielfeld soll sie dann aber auch im Zentrum stehen und eine Führungsrolle im jungen Hoffenheimer Team einnehmen. Natürlich erwarten wir auch von ihr, dass sie diese Qualität und diese Erfahrung, die sie gesammelt hat, auch auf den Platz für sich erstmal auf den Platz bringt. Aber ich glaube, dass gerade die jungen Spielerinnen schon auch zu ihr hochschauen können, was sie erreicht hat, was sie erlebt hat. Ich glaube, da können andere noch von träumen und dass sie da schon so ein bisschen eine Vorbildrolle einnehmen kann. Für Meyer ist das eine Aufgabe, die sie aus ihren vorherigen Vereinen und auch der Nationalmannschaft kennt. Die Länderspielkarriere hat sie aber Anfang des Jahres beendet. Unter anderem, um sich mehr auf ihren Verein konzentrieren zu können. Und mit ihren erst 30 Jahren hat sie in Hoffenheim jetzt auch eine ganz besondere Rolle. Ich als Oma jetzt, ich bin das erste Mal die älteste in der Mannschaft, das hatte ich auch noch nie davor gehabt. Ich freue mich einfach mit den Jungen zusammen zu arbeiten und meine Erfahrung mit einzubringen und dann am Ende so erfolgreich wie möglich mit dem Team zu sein. Ein konkretes Ziel haben die Hoffenheimerinnen für die neue Saison noch nicht ausgerufen. Klar ist aber, Leonie Meyer soll mit ihrer Erfahrung zu einem erfolgreichen Abschneiden in der neuen Spielzeit beitragen.